Weiter geht es, Knall hat durchgenommen Metal Gear Solid 5. Ich habe gerade eine Mission erfolgreich beendet. Ich sehe gerade, ich habe ganz neue Optionen dazu bekommen. Schaut euch das mal an. Wenn ich hier meine Leute sortieren möchte, da habe ich jetzt hier Waiting Room Staff, All Staff, Combat Unit, Prioritize, Security Team. Ich kann sogar aussuchen, welches der Units ich Priorität geben soll. Das ist neu, das war vorher nicht, aber wahrscheinlich durch das Patch hinzugekommen. Vorher konnte man ja nur All Staff und Waiting Room Staff machen. Security Prioritize. Guck mal, das Combat Unit geht runter, Security aber hoch. Decreased, Wait Time, Development. Okay, und wenn ich das andere mache? Combat 36, Security 4. Wait Time for Reinforcements reduced. Es ging viel zu schnell, um das mitzubekommen. Ich glaube, dass das Combat Unit, das ist ja eher, für was ist es wichtig? Security Team würde ich fast eher weniger in Betracht ziehen, weil die sind ja wohl mehr dazu da, mich für diese Online-Kacke dann bereit und sicher zu machen. Und das interessiert mich ja nicht wirklich. Was habe ich denn zumindest an neuen Developments bekommen? Jetzt, ich habe eine Million wieder. Irgendwas Geiles. Was ich haben will, ist immer noch so viel. Noch mehr C4. Ich möchte die schnellen, die kleinen Sachen machen. Guck mal, 150. Es geht bestimmt sofort. Ist doch schön. Dann, äh... Hier, es geht bestimmt auch sofort. Das ist doch auch schön. 800. 308. 280. Geht bestimmt auch sofort. Ne, 36 Minuten, oh gut. Na gut. Und ich habe... Oh, schon wieder. Habe ich gerade wieder... Ich habe was dazu bekommen. Von wo kam das denn her? Egal, lass mich mal abholen von dem Schiff. Und dann gehen wir gleich mal die nächste Mission an. Ich habe schon ein bisschen Bumble davor von Mission 40. Weil da heißt es Duell mit Quiet. Erneut. Und wir wissen ja, wie, ähm... Nicht so erfolgreich. Also doch, erfolgreich war es schon. Aber langwierig. Ich befürchte, dass da wieder eine Kampfmission gegen Quiet da ist. Die natürlich jetzt, wo wir erfahren sind und alles so gut können, härter ist. Aber mich wundert, hätte das schon freigeschaltet sein müssen? Also wir haben ja diese eine Cutscene gesehen, wo wir sehen ja, Quiet, sie kann ja doch sprechen. Und war eigentlich die, die uns umbringen sollte. Das, 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 das. Aber, dass es einen Kampf gegen sie nochmal gibt und alles, äh... Ich weiß es nicht. Weiß ja nicht, ob diese Mission schon da sein soll. Hier, schau es mir nochmal an. Mission List. Ups. Da. Cloaked in Silence. Eliminate the Sniper. No one is quiet. Warum eliminate? Die Story ist doch noch gar nicht dahin gewesen. Oh, und das nächste ist auch noch ein Toten-Stealth-Thing. Alter, Game Over upon detection. Das wird auch ein großer Fun gleich. Sieh, aber solche Missionen haben wir schon mal gemacht. Over the fence. Die heißen bestimmt auch so, ne? Okay, der Trade as Caravan. Hatte ich schon mal. Over the fence, ja. Die sind jetzt noch einmal in Hertha. Das hätte nicht sein müssen, unbedingt. Und ich wundere mich im Moment, ob es tatsächlich nochmal ein drittes Gebiet oder sowas gibt. Zack, zack, zack. Oder irgendwie sowas nach Möglichkeit, weil wir haben Afghanistan, wir haben hier Zaire, die Grenze, Angula Zaire in Afrika. Rein theoretisch, wenn das Spiel eh in so drei Akten auch aufgeteilt ist, jetzt, wo wir so in Richtung letzter Akt unterwegs sind, post Skull Face, dass es auch nochmal eine neue Location gibt oder so, aber ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin auch wieder voll geblutet. Ah ja, das kann passieren. So, PF Rating updated. Ich bin besser als vorher. Remainder, ne, ich bin nicht besser als vorher. Remain at E. Espionage Rage. Espionage. Espionage. Was für ein Quas. Espionage Rating. Event underway. Ach, das interessiert mich alles nicht. Online ist Bubu. I don't need this. Okay, also. Ach Gott. Eimer entdeckt werden, weg. Aber Reflex Mode ist ja zum Glück da, ne? So, jetzt kann ich aber das Bandane anziehen. Ja. Oh, jetzt schauen wir an. Ah, so sieht ein Snake aus. Mit einem Bandana. Was aber ein bisschen angeblutet ist, was eigentlich nicht sein kann. Jetzt ist weniger angeblutet, ne? Ah, so wird ein Snake draus. Das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Extra. Oh nein. Oh, nicht erst. Oh, scheiße. Ich hab Azap gemacht. Ich wollte doch in der Nacht dahin. Der ist doch super wichtig für Perfect Stealth. Dass ich wieder genug Zeit habe, ohne eine Zigarette zu schmücken. Okay. Oh nein. Perfect Stealth AI. Eimer gesehen werden. Tot. Total Stealth of Defense. Was passiert eigentlich, wenn ich Quiet mitnehme in der Mission, wo es gegen Quiet geht? Das ist das gleiche Ding, wo ich Master Miller damals rausgeholt habe, ne? Die Barracks. Aber den habe ich doch schon. Wo er schon wieder entführt, den habe ich doch schon rausgeholt. Hey. Okay, dann war es nicht die Miller Mission, sondern... Ich muss einmal kurz... Combat Deployment war gerade fertig. Kurz starten. Okay. Irgendwo Fuel Resources, die ich noch nicht... Naja, gut. Boah. Near Water Exploration, Difficulty A. Plants Gathering. Warum kann das denn so schwer sein? Predicted Lost 5% beim Pflanzen sammeln. Das ist doch Bullshit. VIP Security. Boah, guck mal wie... Success Probability. 44. Puh. Aber ich könnte S-Ranking, Leute, bekommen. Ach komm, das machen wir mal. Zwei Stunden 46 dauert das. Holy fuck. Zwei Stunden 46. Naja. Na gut, dann checken wir mal, was genau, welche Location das nochmal war. Ich hoffe wirklich... Ah! Angeschissen. Spiel vorbei, oder? Tatsächlich. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Das ist ja schon mal gut. Das war gerade der Weg erst dahin zur Location. Es war noch nicht mal angekommen. Okay. Okay. Was waren denn die Waxes Barracks? Das war dieser große Komplex, oder? Oh nein. Das war tatsächlich dieser große Riesenkomplex. Oh, bis wir da hinkommen. Perfect stealth auch noch. Oh boy. Oh boy, das wird knifflig. Das wird knifflig. Ich muss mal versuchen... Also ich schätze, dass der wohl wieder... Aber es gibt ja nur eine Location tatsächlich, wo das sein kann. Da hinten rein. Oh, wie die... Troublemaker unsanitary. Schmutzwinken, was? Ah, das wird... Das wird nicht so nice. Okay. Da sind die... Wo ist er? Ist es das hier? I've updated... Aber was ist da wieder? Hier, in diesem Dreieck, oder was? Also es ist wirklich dieses Hauptgebäude wieder, das... Okay. Kann ich denn außen herum? Ne, ich muss mich durch den Eingang schleichen, ne? Ach komm, nehmen wir dich mit. Haben sie denn angeballert? Die sind jetzt auch noch richtig... Hinterring Alerts, ja, fantastisch. Immerhin hat der aufgehört. Alter, der hat einen Rocket Launcher drauf. Der hat einen Rocket Launcher einfach. Oh Gott, wird's langsam Tag. Das wäre natürlich nicht so nice. Okay, ich muss mal rüber auf die andere Seite. Boah, ich hoffe, dass da nochmal ein Checkpoint oder sowas ist, aber... So wie ich das Spiel hier kenne... Er hat's keine Checkpoints. Ein Fake-Hansel. Oh, Info? Wichtige Info? Steht doch nicht einfach so da, Big Boss. Kannst du's auch im Ducken machen. Warum dampft das Papier beim Lesen? Jetzt muss ich ja genau wissen, wo er ist. Ja, danke. Das wird heftig. Du hast noch nichts gesehen. Kletter doch mal rauf. Bossman. Analyse complete. Ich muss mich doch mal hier oben rüber klettern. Wie die coolen Leute. Analyse complete. Ihr seid doch... Ist doch nicht euer Ernst, oder? Ah, A++ oder sowas. Holy fuck. Unperfect Stealth auch noch. Also, er müsste... Hier wird er angezeigt, aber ich glaube, das bedeutet, wenn es hier angezeigt wird, hier in dieses Gebäude rein und dann... ...unten durch. Weil das hatte ja so einen Keller. Das Gebäude. Kann ich euch ablenken? Kann ich? Einfach mal das kaputt schießen. Und dann kommt ihr da hin. Echt? Jetzt schon? Alter, warum ist diese Mission Perfect Stealth? Was soll denn das? Das ist doch Quatsch. Das ist doch Quatsch mit Soße. Was für ein Quatsch, ey. Nicht mal sowas kann man machen. Ich bestelle mir Quiet. Ist mir jetzt egal, ob der Spielschirm kaputt geht oder nicht. Äh... So, dass wir gerne alle erschießen, Quatsch. Gerne alle umbringen. Und ihr habt's gesehen, der Typ, der mich gesehen hat, war auch noch ein Sniper. Das bedeutet, auch Sniper sind in der Gegend, also. Wahrscheinlich da, wo ich Quiet jetzt hingeschickt habe. Dass da auch ein Sniper rumdöbelt. So, den werde ich jetzt nochmal wegzimmern. So, So, da ist nochmal R1. Quaid ist doch schon da, da oben. Warum kann sie nicht Leute umbringen jetzt schon mal? Töten, erschießen. Weghauen. Das ist doch nicht gesund. Ja, diese künstlich gesetzten Checkpoints auch, ne? Mal aktiviert sich das Ding, mal meistens nicht. Puff. Puff. Ein Glück, dass man aber hier raufklettern kann. Oder, von wo habe ich es gemacht? Von da hinten? Ne, nicht von da hinten. Von hier war es. Ups, da läuft ja einer, den ich gar nicht markiert habe, oder? Das ist natürlich nicht so gut. Dass da was Unmarkiertes läuft. Ich muss doch einen Blick haben, wo ihr seid. Ihr Pipi-Gesichter. Also, also, kann ich gar nicht mehr. Quai jetzt einen Befehl geben. Da ist sie. Total unauffällig. Also von wegen weglenken, war nicht so gut. Weil ich hätte das mit C4 vielleicht machen müssen. So. Noch mehr Leute markieren. Ich muss die wirklich vielleicht jeden Einzelnen wegzimmern. Ich weiß gar nicht, wie viele von denen rumlaufen jetzt hier. Du kannst nicht anfangen, Quai jetzt irgendwas zu machen. Du hast sogar so einen Tranquilizer gar noch. Und nicht mal damit. Ach, es fängt wieder. Das ist Quai jetzt so. He-pe-pe. 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 Scheiße. Das ist super scheiße. Hey, wie kann der mich denn da... Wer hat mich denn da gehört? Was biebt denn hier auch noch? Alter, what the hell? Oh, wow. Okay. Kannst du alle feiern? Die haben alle Helme auf. Warum haben die alle Helme auf? Die Helme auf. Die Helme auf. Die Helme auf. Die Helme auf. Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Bitte speichern doch hier ab Bitte speichern doch hier ab Oh Gott 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 Oh 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 Okay Das ist schon mal ganz gut Aber Ich bin noch nicht raus Ich bin noch nicht raus Ich bin noch nicht raus Ich versuch aus der Landing Zone raus zu krabbeln Ich will jetzt wirklich nichts mehr riskieren Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Das ist das mit der Zigarette Ich lebe mich jetzt hier hin Die Zigarette durch Erstmal kurz ne Pause Ich glaube es ist eh auch Zeit für ne Werbung Regie oder? Dann machen wir erstmal ne kleine Werbung Ich atme da durch und ich hoffe Dass ich noch hier rauskomme ohne dass ich gesehen werde Oh Gott ich darf diese Mission nicht vergeigen Ich darf nicht sein Bis gleich